Also und das neue Buch von mir, was Sie hier im Recentershop finden, die tiefsten Geheimnisse der Supermächte Band 2 Religion. Das Buch ist unglaublich wichtig für die jetzige Situation, auch gerade jetzt mit diesem hochkochenden Richtungsstreit und Machtkampf in der AfD. Okay, also ich kläre auch in dem Buch auf über Rechtsokkultismus, wo das alles herkam, wo diese wichtigen Ideen herkamen, die sich so verheerend auswirkten. Und jedes Mal, wenn Konservative, also nicht nur, aber auch in Deutschland, Österreich, immer dann, wenn Konservative in den Schwierigkeiten waren oder wenn sie sich bedroht fühlten von den Entwicklungen, ob jetzt die Kommunisten oder vorher durch die Industrialisierung und halt diese ganzen Veränderungen. Und jedes Mal, wenn sich Konservative und Rechte bedroht sehen, kamen die ausländischen Geheimdienste und pushten dann diesen Rechtsokkultismus und pushten diese ganzen verheerenden Ideen, freiheitsfeindliche Ideen, irrationale Ideen, pushten diese Ideen und dann kamen diese Rittergruppen und so weiter und so fort und damit lenkte man dann diese deutschen österreichischen Rechten in die Falle. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also die Eliten kopieren sich immer wieder selbst, sie recyceln ihre Taktiken, sie recyceln ihre Geheimoperationen und das machen sie auch jetzt gerade wieder angesichts der Massenmigration und des dominierenden Linkskurses. Unweigerlich sehen wir jetzt schon wieder die Rittergruppen und Rechtsokkultismus und diese ganzen uralten Autoren werden wieder aufgewärmt. Julius Evola, ein okkultistischer Faschist, der dann in Italien mit den Faschisten rummachen wollte, mit den Nazis in Deutschland rummachen wollte. Und Evola wird jetzt nicht nur gepusht von den russischen Neurechten, so wie Alexander Dugin, sondern wird dann auch gepusht von Steve Bannon. Steve Bannon, einer der Architekten der Trump-Kampagne. Milo, Milo Yiannopoulos und einigen anderen. Also, tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 2, Religion. Binnen Sie bei uns im Recented Shop unter shop.recented.com. Wenn Sie das Buch jetzt kaufen, dann ist Ihre gesamte Bestellung versandkostenfrei, auch wenn es dann in Teillieferungen vielleicht gesandt wird. Die gesamte Bestellung ist versandkostenfrei, auch wenn Sie das Buch alleine bestellen, ist es versandkostenfrei von 1995. Sehr viel Forschung ist da reingeflossen. Meine eigenen, aber ich beziehe mich auch auf viele, viele Fachautoren und so weiter und so fort. Und das ist wirklich das, was die Leute heutzutage brauchen. Das ist das, was die Antworten liefert. Das ist das, was diese verschiedensten Gruppen da draußen auch wirklich zusammenbringen kann und was den Unfug eliminieren kann. Wir haben jetzt hier den Richtungsstreit in der AfD hochkochen sehen. Die bayerische AfD hat nun sogar argumentiert, dass der rechte Flügel um Höcke und andere Figuren eine separate Organisation darstellt, die zu der AfD in Konkurrenz steht. Also der restlichen AfD in Konkurrenz steht. Es gibt immer wieder Gerede über eine Spaltung der Partei in Ost und West, in gemäßigt und stramer rechts. In mehreren Landesvorständen tobte. Er kam von Höcke, erklärte kürzlich bei diesem Küffhäusertreffen, erklärte dem Bundesvorstand der AfD an, dass jener nicht mehr allzu lange bestehen werde in der aktuellen Form. Genau. Also. Und dann kam die Reaktion von den Gemäßigteren und die haben dann zurückgeschossen gegen Höcke und vor allem gegen seinen Personenkult, der da zelebriert wurde mit den pathos-schwangeren Einspielern und diesem ganzen Hosanna-Getue und so. Und die Parteien mag jetzt im Osten recht hohe Umfragewerte haben, aber die Meinungsforschung zeigt, dass dort auch eine Stallgrenze erreicht wurde und dass die AfD auf Höckekurs bundesweit eher absinken wird. Also. Und hier ist die wirklich einzige Lösung für den AfD-Richtungsstaat und generell die einzige Lösung für die Konservativen. Und das habe ich auch ganz, ganz ausführlich in meinem neuen Buch geschildert und erklärt. Der Split, die Teilung in der AfD, im generellen Rechtenlage, die Teilung, die Teilung hat einen ganz bestimmten Grund. Der rechte Flügel ist beeinflusst durch klassische Verschwörungsliteratur, rechtsrevisionistische Bücher und wahrscheinlich auch durch klassische Rechtsesoterik, Rechtsokkultismus. Und dann auf der anderen Seite, der gemäßigt bürgerliche Teil der Partei hält sich größtenteils fern von solchen Medien. Das ist der Ursprung der Spaltung in der AfD. Die Flügelanhänger werden nie von diesen Einflüssen komplett loslassen, weil nur in dieser Literatur größere Verschwörungen behandelt werden und nur in dieser Literatur eine Neubetrachtung der deutschen Geschichte vorgenommen wird. Und die gemäßigen bürgerlichen werden sich nie auf diese stark gerechten Einflüsse einlassen, weil darin zu große Irrtümer und Irreführungen enthalten sind und die allermeisten Menschen im Inland und Ausland dadurch abgestoßen werden. Wenn die Partei zu braun wird, dann wählen die jungen Leute bald überhaupt keine AfD mehr oder nur noch ein paar junge Leute wählen AfD und generell die Partei könnte halt bundesweit absinken unter die 10% und noch tiefer. Also je mehr braun es geht, umso stärker werden dann die Linken und der Mainstream. Und die Linken und der Mainstream, die können sich dann halt gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, wir haben es ja prophezeit. Alles was irgendwie anders ist als unsere Leitlinie ist Nazi. Und der rechte Flügel in der AfD denkt, also so interpretiere ich das, anhand von tonnenweise Forschung, der rechte Flügel denkt, ein Ablassen, ein Weggehen von klassisch rechter Verschwörungsliteratur und anderer klassischer rechter Literatur, nur das Weggehen davon wäre wie eine komplette Selbstamputation und Selbstaufgabe. Die denken, wir würden unseren Kern aufgeben, wir würden das das Wichtigste aufgeben, wir würden uns nicht mehr auf große Verschwörungen oder Geheimoperationen konzentrieren können, Operationen gegen die Deutschen, gegen das deutsche Volk, gegen Deutschland als Staat. Wäre wie eine komplette Selbstaufgabe. Auch die ethnische Selbstbezogenheit, die klassisch stämmigen Deutschen, da fürchten die auch, das würden wir alles verlieren, wenn wir unseren Kern hier aufgeben. Und dann die bürgerlichen, die gemäßig bürgerlichen in der AfD, auch die Wähler denken, sie würden ihren bürgerlichen Charakter verlieren, wenn sie sich auf diese rechte Literatur, rechte Verschwörungsliteratur einlassen. Also beide Flüge halten an ihrem Ding fest und keiner will da dem anderen so weiter entgegenkommen, weil jede Seite würde dadurch ihren Kern verlieren, ihre Identität verlieren. Das ist der Split in der AfD. Und die AfD kann nicht als braune Partei funktionieren, sie kann aber auch nicht als harmlose Spießerpartei funktionieren, die nicht tief genug auf die Bedrohungen eingeht, Bedrohungen gegen Deutschland. Und die Lösung liegt auf der Hand. Es braucht endlich wissenschaftliche Medien und Forschung, die sich mit Verschwörungen und ausländischen Geheimdienstoperationen gegen Deutschland in der Vergangenheit und Gegenwart beschäftigen. Nur so lassen sich verheerende Irrtümer eliminieren und neue Erkenntnisse gewinnen und nur so finden Menschen aus dem rechten Spektrum und generell aus der gesamten Bevölkerung zusammen. Was ich schon alles gehört habe von Leuten aus der politischen Mitte, also persönlich, was ich gehört habe von Leuten aus der politischen Mitte und auch von Linken, die denken selber an ihre Vorfahren, die in den Kriegen gekämpft haben, die denken selber an unfaire Propaganda gegen die Deutschen in Hollywoodfilmen und so weiter und so fort. Da ist durchaus Anknüpfungspotenzial, nicht nur unter den verschiedenen Blöcken im rechten Lager, sondern auch generell in der Bevölkerung. Aber solange man diese althergebrachten, rechtsokkultistischen, rechtsverschwörerischen Literatur blind traut, solange man diese alten Literatur, diesen althergebrachten Literatur traut, blind traut, solange geht alles vor die Hunde. Also wir müssen verheerende Irrtümer aus dieser klassischen Literatur eliminieren und neue Erkenntnisse gewinnen und nur so finden Menschen aus dem rechten Spektrum und generell aus der gesamten Bevölkerung zusammen. Also die Briten, Amerikaner, Russen, also unsere Dauerkonkurrenten in den letzten hunderten Jahren, die hatten schon viel früher ausführliche Geheimdienste, als es den Historikern bewusst ist. Und die haben dann unter anderem gegen Deutschland, aber auch gegen Österreich, also vor allem gegen die Habsburger und so, die haben gegen Deutschland, gegen Österreich, gegen Frankreich, alle möglichen großen, langangelegten Geheimdienstoperationen durchgeführt. Und diese Operationen kombiniert mit psychologischer Kriegsführung. Das heißt, man hat dann, man wollte dann gleichzeitig noch die scheinbare Aufklärung, die Enthüllungen auch noch kontrollieren über diese Vorgänge. Man macht eine Operation und verbreitet dazu gleich noch Desinformation, die sich tarnt als Aufklärung. Also da hatten sich dann zum Beispiel die britischen Geheimdienste, britischen Geheimdienste, aber auch die amerikanischen Geheimdienste beteiligt an der französischen Revolution. Und dann brachte man dieses Buch raus, Proofs of a Conspiracy von John Robeson, das ist der erste moderne Verschwörungsbestseller, international fand das Ding anklang. Und in diesem Buch, Proofs of a Conspiracy, dem ersten modernen Verschwörungsbestseller, wurde alles geschoben auf französische Logen und deutsche Logen. Mit keinem Wort wurde die britische Spionage erwähnt, die britische Spionage oder die amerikanische Spionage. Mit keinem Wort. Absolute Irreführung. Und dann ging es immer so weiter, die Briten, die Amerikaner, die Russen kontrollierten die Verschwörungsmedien. Und dann brachte man noch diesen, etablierte man, etablierten die Briten, die Amerikaner und die Russen auch noch diesen Rechtsokultismus. Man nahm also die alten, die ganz althergebrachten Mysterienkulte. Man nahm diese alten Mysterienkulte und verbastelte das dann erstmal zu so neueren Formen wie der britischen Theosophie. Und dann teilte man die, dann teilte man diese Theosophie noch auf. Eine Schiene bastelte man dann zurecht, bastelte man dann weiter für die Linken, für die linke Bewegung, die Kommunisten. Die von den Briten und Amerikanern gesteuert wurden und auch von den Russen. Es gab eine Variante von dem Okkultismus für die Linken, deswegen sind viele Linke heute auch so esoteriker. Deswegen war auch die Sowjetunion so krass okkultistisch, wenn man genauer hinguckt. Auch das erkläre ich in meinem neuen Buch. Und dann hatte man noch eine Variante von der Theosophie und von solchen Konstrukten, hat man noch eine Variante geschaffen für das deutsche und österreichische Zielpublikum. Also gerade die Rechten, die Konservativen. Man vermischte dann die Theosophie und die alten Mysterien mit der Edda und mit Runen. Und man bastelte sich dann neue Sachen zusammen, dass es da mal irgendwann vor Urzeiten eine Armanenkultur gegeben hätte. Also eine Art Wunderlandparadies, wo dann die magischen arischen Priester, die Hierophanten, wo die dann quasi hier lebten und wirken. Und alles war perfekt. Und dann sei halt diese Hochzivilisation verloren gegangen. Und man könnte überall noch die Spuren davon sehen. Und mit Hilfe des Rechtsokkultismus, mit Hilfe von Freiheitsfeindlichkeit und mit Hilfe einer gehörigen Dosis an versteckter Psychopathie und Narzissmus, so könnte man dann dieses Reich wieder zum Leben erwecken. So hat man das dann zurecht gebastelt im Rechtsokkultismus für das deutsche Publikum, das österreichische Publikum. Und in dem neuen Buch, ich blende Ihnen das hier mal kurz eine oder andere Grafik ein. In meinem neuen Buch, Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 2 Religion, da erfahren Sie dann, wie diese Tricks gelaufen sind und wer diese Sachen finanziert hat. Also wie man die Konservativen hier an der Nase rumführte, mit diesem Rechtsokkultismus, mit manipulativer Verschwörungsliteratur. Und es braucht jetzt diese richtige Forschung, diese wissenschaftliche Forschung. Wir müssen aufdröseln, was von diesen Gedanken waren Täuschungsmanöver, was von diesen Sachen waren Fake. Natürlich hat man auch immer wieder eine gewisse Menge an Sachen mit reingepackt, die stimmen, weil ansonsten wäre ja das ganze Konstrukt zu unattraktiv gewesen. Und deswegen sehen wir auch heute, wie viele im rechten Lager sich dann festklammern an ihre Ideen, also an ihre ganzen Ideenpakete. Sie wollen da nicht loslassen, weil sie wissen, also bestimmte Dinge da drin sind auf alle Fälle richtig. Also dann haben wir hier zum Beispiel, hier, Lanz von Liebenfels in seinem Templerkostüm. Lanz von Liebenfels war eigentlich gar kein Adliger und er war auch kein Ritter in irgendeiner Form, sondern er war einfach nur Okkultist. Und das war halt genau die Zeit dann, als man die Deutschen bearbeiten wollte, die konservativen, die österreichischen Konservativen bearbeiten wollte. Da sprossen dann auf einmal diese ganzen neuen Organisationen, Ritterorden und so, Pseudo-Ritterorden, all das spross hier aus dem Boden. Und dann hatten wir auch, hier, Lanz von Liebenfels. Er brachte unverhohlen und offen eine gehörige Portion Psychopathie und Gruppennarzissmus in seiner Rechtsesoterik mit ein. Also niedere Rassen und Stände gehören versklavt und ausgerottet. Die Spuren der heiligen elektronischen Kraft hätten sich durchgesetzt in den alten fürstlichen Dynastien Deutschlands. Das sagen wir immer wieder in diesen rechten Organisationen, rechtsokkultistischen Organisationen. Immer wieder das Lob, die Lobpreisung auf den Adel. Obwohl ja gerade der Welfenadel hier auf deutschem Boden, aber viel wichtiger auf dem britischen Thron, und auch in den USA, versteckt. Viel wichtiger ist ja, man muss ja wissen, dass der Welfenadel hier in der Form von Großbritannien, in der Form der USA, Deutschlands Gegner war. Und dass Spionageoperationen liefen, psychologische Kriegsführung liefen. Und außerdem, ja, das Spionagerisiko, also die Welfen, die auf deutschem Boden lebten, die Welfen auf deutschem Boden, die sich halt dann so als Rechts gaben und dann Geld spendeten an diese völkischen Organisationen, diese Orden und so weiter und so fort. Das war alles ein riesiges Spionagerisiko, aber da hat man einfach nicht drüber nachgedacht oder das hat man nicht sagen wollen in diesen rechten Organisationen, sondern man schwadroniert immer nur über mystisches, okkultes Prämborium und das kommende Zeitalter, das neue Reich der Armanen, blabbi, 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 bla. Und was nie zur Sprache kam, oder nicht wirklich zur Sprache kam, war das Thema Spionage. Also, auch dass die britischen Welfen und deren Organisationen den Scheinparlamentarismus und über die Fabian Society den Sozialismus aufbauten, sprachen die völkischen Gruppen nicht an, entweder aus Unkenntnis oder um gezielt den falschen Eindruck zu erwecken, der Adel hätte immer stärker einen Einfluss verloren und sei ein verlässlicher Partner für die Völkischen. Die Zukunftsvisionen, die auch in günstigen Heffen wie der Osterer gemalt wurden, über einen rassereinen Staat mit Zauberpriestern, war nichts anderes als Gruppennarzissmus und eine immer stärker verzerrte Realitätswahrnehmung. Und in einer österreichischen Bergruine schuf Liebenfels dann den Ordo Novi Templi, also den Neutempelorden, wo er mit Kostümen und abgekupferter Zeremoniell die Elite der Zukunft sammeln wollte. Natürlich hatte Lanz noch nie im Kampf ein Schwert geschwungen oder irgendeine Art von Kriegsführung vollzogen. Er konstruierte einfach das Märchen zusammen, dass die Tempelritter ein arischer Bund mit einer arischen Mission gewesen seien, um ein neues Reich im Mittelmeerraum zu errichten. Die katholische Kirche hätte davon Wind bekommen und die Templer zum Großteil zerstört. In meinem Buch erkläre ich Ihnen, was mit den Templern tatsächlich lief, was so ein seltsamer Verein das war und wie, was an der Wahrscheinlichkeit hat, eben dann auch die Mysterienkulte praktiziert wurden in dem Tempelorden. Also man, das war nicht das, was man später dann daraus bastelte. Und hier, Hans Heinrich, Fürst von Pless, beschenkte diesen Neutemplerorden reichlich. Bootete da einen Haufen Geld rein. Er hatte dann in London Mary Theresa Olivia Cornwallis West geheiratet, deren Bruder George die Mutter von Winston Churchill heiratete, dessen Familie wiederum über Generationen hinweg den Welfen diente. Und Winston Churchill war dann auch ganz, ganz wichtig, später beim Zweiten Weltkrieg in Bezug auf das große Täuschungsmanöver, wo dann die britische Elite, also der Adel, hohe Offiziere, wo diese britische Elite eben dann den Eindruck vortäuschte, sie suche ein Bündnis heimlich mit den Nazis. Ja, und man hätte keinen Bock, irgendwie zugunsten von Polen einzugreifen, man hätte keinen Bock mehr, gegen die Deutschen zu kämpfen und so. Man wolle ein Bündnis mit der nordischstämmigen Länder, Deutschland, Britannien, Amerika. Also dieses ganze Täuschungsmanöver von Churchill, von Winston Churchill und von seinen Hintermännern, das hätte nie funktionieren können, ohne diese ganze langwierige, langangelegte, geheimdienstliche Vorarbeit mit diesen vielen völkischen Organisationen. Ja, und diese ganze Infiltration durch britische Dienste. Und dann hier, dann Marys Schwester Constance heiratete Hugh Grosvenner, den Second Duke of Westminster, Mitglied im Royal Victorian Order. Dieser Typ kämpfte halt dann im Burenkrieg mal und so und war Aid the Camp von Lord Roberts und Lord Milner. Und in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg schloss sich Grosvenner verschiedenen Gruppierungen am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums an. Unter anderem dem Right Club, der auch offen antisemitisch war. Hughes Antisemitismus war wahrscheinlich genauso eine bloße Taktik, wie das antisemitische Geschwätz von Winston Churchill über revolutionäre Juden und Illuminaten. Das ist hier Johann Albrecht von Mecklenburg, der da auch Geld reinpumpte. Also das sind hier diese, das sind hier diese Gestalten. Mit solchen Typen hatten wir es hier, hatten wir es hier zu tun. und finden das Ganze ausführlich ausführlich beschrieben in dem neuen Buch Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte Band 2 Revolution. Dann hatten wir hier noch den hatten wir hier noch den Germanenorden. Der hatte zwar mit internen Streitereien, Spaltungen zu kämpfen und bot noch lange keine breite revolutionäre Front wie die NSDAP später. Aber um den Aufbau bemühte sich bis zu seinem verfrühten Tod Johann Albrecht, Herzog zu Mecklenburg, Regent des Herzogtums Braunschweig, Nachfolger von Braunschweig, Wolf in Büttel. Also wir haben es hier mit einem wichtigen Nest der Welfen zu tun, das in alle möglichen Geheimoperationen verwickelt war und auch Querverbindungen hatte zu Karl Marx, der höchstwahrscheinlich ein Agent der adeligen Netzwerke war. Und das können Sie nachlesen in Band 1 von den tiefsten Geheimnissen der Supermächte. Und dieser Johann Albrecht, der so spendabel war für die rechte Szene, Johann Albrecht heiratete Prinzessin Elisabeth von Sachsen-Weimar-Eisenach, von den Häusern Sachsen-Weimar-Eisenach und Oranien-Nassau. Im Sommer 1917 wurde er Ehrenvorsitzender der rechtsradikalen deutschen Vaterlandspartei. Sein Grabmal wurde in Anlehnung an byzantinisch-ravenatische Kunstformen gestaltet, also auch wieder der Einfluss der Mysterienkulte. Und ich habe dann auch ein Unterkapitel zu Adolf Hitler und die Frage, wie okkultistisch war Hitler angehaucht und es haben sich natürlich da so ein paar Ideen bei ihm verhangen, also über die Rasse und die Zukunft und so ein bisschen die Optik, diese imperiale, quasi römische Optik und so. So ein paar Sachen haben sich verfangen, aber Hitler duldete eigentlich bloß die Okkultisten nur so lange, wie sie ihm nützten und später wurden dann die ganzen völkischen Dinger da verboten. So, und ja, und dann schufen die britischen Dienste, die amerikanischen, die russischen Dienste schufen das Märchen von der jüdischen Weltverschwörung. Man hätte genauso gut eine andere Familie wählen können als die Rothschilds für das Bankwesen. Man hätte genauso gut andere Leute wählen können für die kommunistische Revolution als sichtbare Figuren. Man wollte, dass diese paar Juden da gesehen werden und verbreitete dann im rechten Spektrum den Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Und ja, und heute sehen wir dann die sogenannten Neurechten wie Steve Bannon, Milo, Richard Spencer oder Alexander Dugin kramen dann einfach diese uralten rechtsokkultistischen Autoren wie Julius Evola hervor. Und wir sehen also eine Wiederholung dieses Spielchens. Ja, auf diese Weise, also da werden die immer gleichen alten Inhalte geposcht, auf diese Weise lässt sich das rechte Lager spalten, radikalisieren, isolieren und weite Teile der Gesellschaft und des Auslands bekämpfen dann die Rechten. Und wenn eine Person aus dem rechten Lager einsteigt auf den rechtsokkultistischen Verschwörungs-Neonazikurs, kann diese Person recht einfach bei Straftaten erwischt und unter Druck gesetzt werden, gegebenenfalls umgedreht werden. Und hier in dem neuen Buch betrachte ich dann auch Hillary Clinton und Donald Trump. Ja, also bei bei Hillary Clinton, da kam ja im Wahlkampf natürlich dann einiges hier im Internet hier zur Sprache, also alles mögliche wurde ausgepackt. Hillary sei eine Hexe und sie sei eine Satanistin und sie würde alles mögliche hier und da treiben und so weiter und ich habe mich dann im Buch mal damit auseinandergesetzt und mal festgehalten, was man tatsächlich sagen kann und ja, sie und Bill seien involviert gewesen in das Projekt MK Monarch und hätten dann irgendwelche programmierten Sexsklaven, also da gab es dann sogar ein Buch im Wahlkampf The Occult Hillary Clinton und da wird alles zusammengefasst, was da im Laufe der Jahre kursierte über Hillary und und dann gab es dann diese quasi Seance mit Hillary im Weißen Haus und ihre esoterische Hillary esoterische Beraterin, die war mal involviert in LSD-Forschung, finanziert von der US-Regierung, also das klingt so nach MKUltra, wir wissen allerdings nicht, wie weit das bei ihr ging und sie gründete dann mit Robert Masters ihrem Ehemann dann das Human Potential Movement und er hatte Bücher verfasst zur Sexualität, Pathologie und Sadismus in Verbindung zum Mystizismus, ja, also, äh, diese, äh, wie heißt sie, ähm, Jean Houston, das war die esoterische Beraterin von Hillary Clinton und sie lehrte an, an Universitäten über das Konzept der antiken Mysterienschulen, was ich in meinem Buch auch richtig aufkläre und ihr Mann Robert, also, äh, Jean Houston's Mann Robert Masters brachte dann das Werk raus Eros, Eros and Evil, the Sexual Psychopathology of Witchcraft und das Buch beginnt mit Aleister Crowleys Hymne an Paaren und das wird auch, wurde auch manchmal hier genannt, äh, um Hillary natürlich schlecht aussehen zu lassen, wobei, äh, wer sich von dem Buch erhofft, also Eros and Evil, wer sich von dem Buch erhofft, tiefe Eingeständnisse über den Satanismus zu finden, wird enttäuscht, denn es handelt sich um eine akademische Aufarbeitung zu Hexenverbrennungen und verschiedensten geschichtlichen beziehungsweise kirchlichen Vorstellungen über Hexerei, den Teufel und Dämonen. Ähm, also es ist typisch für halt die gewöhnlichen Esoteriker auch oder Okkultisten auch, das heißt, sie sind dann Fans von Aleister Crowley, verstehen aber Aleister Crowley gar nicht, was ein Psycho das war und, ähm, wie, wie, wie fadenscheinlich die Ideen waren von Crowley, sondern sie betrachten den einfach als Rockstar, als, äh, Brecher mit alten verkrusteten Normen und diese, diese alte, verklemmte Sexualmoral und, ähm, so dieses, das Abrechnen mit so dieser alten Hexenverbrennungsmentalität und so in den christlichen Kirchen. Ähm, das wird dann meistens immer so, so eng gedeutet und die gucken dann gar nicht richtig nach, gab's denn wirklich auch viel krassere, ähm, Ausprägungen von Mysterienkulten im Laufe der Zeit und damals. Und man sieht halt dann, dass, ähm, dass einige Leute, auch wenn sie dann gewisse Kontakte haben, dass einige Leute auch nicht unbedingt richtig eingeweiht sind. Ähm, also das verläuft immer schleichend und das ist auch dann so in Bezug auf, ähm, möglicherweise auch in Bezug auf so Figuren wie Jeffrey Epstein oder Donald Trump und viele andere, die da, die da existieren. Das heißt, das ist halt eben schleichend. Ja, das heißt, man bringt schon an Universitäten, äh, hier so Rückgriffe auf die Antike, griechische Bezeichnungen für diese Ständenverbindungen, Alpha, Beta, Tau, Gamma, bla 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 und griechische Ikonografie, römische Ikonografie und es gilt ja als gebildet sich auszukennen mit diesen alten, äh, antiken Zivilisationen und dann, äh, ja, dann gibt's immer mehr Traditionen und mehr Traditionen aus der Antike, die dann reingebracht werden und dann, äh, werden dann auch so kollektive Besäufnisse und auch halt eben dann Partys, wo dann, wo es dann auch jede Menge Sex gibt, ähm, in den höheren Studentenverbindungen, das wird dann auch immer gedeutet als Weiterführung antiker Praktiken, ja, also das haben die damals schon gemacht, die, die, die Cooleren und die Eingeweihteren, die haben sich dann halt Mords, Mords die Kante gegeben und hatten jede Menge Sex und man wickelt die Leute da schleichend ein und manchmal kann man die Leute dann eher dazu kriegen, auf diese okkulte Schiene zu kommen, manchmal weniger, ähm, nicht jeder, der rekrutiert wird, ist automatisch bösartig, äh, dazu ist das wesentlich komplexer, man will ja auch manchmal die Talente nutzen von moralischeren Leuten, ähm, aber man kann sich vorstellen, wie schnell das geht, wie schnell das geht, wenn man regelmäßig auf solchen Partys ist und die Stimmung ist ausgelassen und die Mädchen werden irgendwie immer jünger und jünger und, äh, das hatten wir auch schon lange gehört im Umfeld von Donald Trump, dass bei den Sexpartys früher, dass da die Mädchen irgendwie auch immer jünger wurden und irgendjemand aus der Modeindustrie sagt, der konnte manchmal gar nicht mehr wissen, wie, wie, ob die überhaupt noch, ähm, volljährig waren. Das geht so schnell, wie man jemanden rekrutieren kann. Und, äh, Donald, Donald Trump, der Selbstdarsteller, ja, mit seiner kreativen Buchführung und seinen Sexpartys, er besaß keinerlei nennenswerten Rückhalt bei den Konservativen. Er hatte linke Positionen, okay, für viele, die es jetzt vergessen haben und einfach ihre Hoffnungen da rein interpretieren und, äh, ihre Hoffnungen da hier, ähm, auf Trump projizieren, so wie die Linken die Hoffnungen projiziert hatten auf Barack Obama, Hope and Change. Trump hatte linke Positionen und Trump war in der Schickeria von New York unterwegs und Trump hatte auch dann hier, ähm, weitläufige Verbindungen und Trump hat auch Verbindungen zu Jeffrey Epstein, genauso wie die Clintons und, ähm, äh, Trump sagte mal sogar, dass er glaube, dass Hillary eine gute Präsidentin abgeben würde. Das ist schon ein paar Jahre her. Und, äh, das, ähm, und, und im Wahlkampf kam dann plötzlich auf einmal diese neurechte Bewegung im Internet auf, ja. Das heißt, das Establishment wusste ja, die, die viele Leute, die konservativ wählen, republikanisch wählen, viele Leute sind schon älter, weiß ich, 50 oder drüber und die gucken halt noch altmodisches Fernsehen wie Fox News und die können wir bearbeiten, diese älteren Leute. Das ist normale Fernsehen, aber die jüngeren Leute sind im Internet und die jüngeren Leute haben jetzt nicht so die, die klassischen Berührungen mit der, mit den, mit den Republicans. Und, äh, deswegen schuf das Establishment dann, also nicht nur das Amerikanische, auch die Russen haben ihre Finger mit drin, die Franzosen und die Briten und so, auch die Israelis. Man schuf dann diese neurechte Bewegung, um halt jüngere Leute im Internet hier, äh, halt eben dran zu kriegen und, und, und zu, 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 zu packen und zu mobilisieren. Und nichts an dieser neurechten Bewegung war neu, sondern man bezog sich hier ganz, ganz, äh, stringent auf uralte, okkultistisch-faschistische Denker, wie zum Beispiel Julius Evola. Ähm, und dann gab es hier ein interessantes Buch von Gary Lachman. Das Buch heißt Dark Star Rising Magic and Power in the Age of Trump. Und da wird halt eben dann erwähnt, dass halt einiges an dieser neurechten Bewegung ziemlich okkult ist, also klassisch rechtsokkultistisch ist. Und, dass, ähm, ja auch diese okkulten, also, diese okkulten magischen in Anführungszeichen Techniken verwendet werden, um das Publikum in Wallung zu versetzen, zu begeistern. Also das ist nicht aufgezogen wie eine weltliche politische, äh, Angelegenheit, sondern ist aufgezogen worden wie ein Kult, ja. Und, äh, Donald Trump und sein Vater verinnerlichten die Lehren aus dem Buch The Power of Positive Thinking von Norman Vincent Peale, ein Pfarrer, Autor und Freimaurer des 33. Grades im schottischen Ritus, der sich auf die sogenannte Neugeistbewegung berief, die das Christentum vermischte mit Mysterien, wie der Hermetik und Karma. Man beschrieb es auch als praxisorientierte Variante der Theosophie. Und dieser Mr. Peale war ein persönlicher Freund von US-Präsident Richard Nixon, der von den Rockefellers gefördert wurde. Und Donald Trump war lange Zeit regelmäßiger Besucher von Peales Kirche und heiratete dort auch seine erste Frau Ivana. Trumps Eltern besuchten ebenfalls jene Peale-Kirche und zwei von Donalds Geschwistern heirateten auch dort. Die Präsidenten Reagan, also ein Republican, Clinton, ein Democrat, ein Bush Senior, ein Republican, sprachen wohlwollend über Peale. Und Peale, der Freimaurer, hatte auch Projekte mit dem Freimaurer James Penny von der riesigen Ladenkette JCPenney. Und Mr. Penny war auch Freimaurer im skottischen York-Ritus zu dem Royal Arch. Und dann hatte Mr. Peale auch noch zu tun mit Thomas J. Watson, dem Gründer und Präsidenten von IBM. Und diese Positiv-Denken-Masche, von diesem Mr. Peale, also dem Vorbeter von Donald Trump und Donalds Familie, dieser Mr. Peale, dessen Masche des positiven Denkens wurde schon in den 50er-Jahren entlarvt von kritischen Kommentatoren. Die haben dann gesagt, Mr. Peale, also die Kritiker haben gesagt, Mr. Peale erlaubt seinen Anhängern nicht Böses zu hören, darüber zu sprechen oder es zu sehen. Für ihn existiert echtes menschliches Leiden nicht. Es gibt keine Mordlust, suizidale Verzweiflung, Grausamkeit, Wollost, Gier, Massenarmut oder Analfabetismus. All diese Dinge verwirft er als triviale Gedankenprozesse, die sich in Luft auflösen, sobald Gedanken in fröhlichere Bahnen gelenkt werden. Also das klassische Mantra des Okkultismus, ja, Gedanken erschaffen irgendwie gleiche Realität. Und man zieht Dinge kosmisch an und so weiter und so fort. Und das haben wir natürlich dann rauf und runter gesehen, in der Esoterik und das hört sich halt genauso an wie Trumps Narzissmus und mangelndes Mitgefühl. Er ist ein notorischer Schönredner, der sich die Realität in seinem Kopf so zurechtbastelt, wie er es gerade braucht. Er sagt den Leuten, was sie gerade hören wollen. Und Trumps Buch The Art of the Deal ist voll mit Positiv-Denken-Mantras. Und ja, diese ausschweifenden Sex-Partys von Donald, die ausschweifenden Sex-Partys mit Models, an denen er früher regelmäßig teilnahm, wirken, wie römische Bacchanalien und ähnliche am Feste der Antike. Und Steve Bannon, bis zu seinem unzeremoniellen Rauswurf aus dem Weißen Haus, einer der Architekten der Trump-Kampagne und der Neuen Rechten, sprach bei einer Vatikan-Konferenz 2014 von dem faschistischen Esoteriker Julius Evola als Einfluss, der von der ganzen Neurechten-Szene abgefeiert wird, von Russland über Europa bis nach Amerika. Also man könne bei Evola die Ursprünge der Alternativen Rechten finden. Aha. Also im Prinzip die altbekannte Schiene, die zurückgeht letztendlich auf die britische Spionage, die amerikanische Spionage und die russische Spionage. Auch Milo Janopoulos, der schwule Star der Neurechten-Szene, der ebenfalls von den Zionisten Mercers gefördert wurde. Sogar Milo Janopoulos beteiligte sich an diesen Artikeln, wo es hieß, Evola ist unsere Basis. Richard Spencer, der rassistische Neurechte-Guru nannte Evola einen der faszinierendsten Männer des 20. Jahrhunderts. Und Spencer will eine friedliche ethnische Säuberung und so weiter, um die weiße Rasse zu erhalten und er hat einen Mann aus seiner Familie mit einflussreichen CIA-Kontakten als Gönner hinter sich. William Regnery II stammte aus diesen Kreisen von Neocons und Geheimdienstler. Seine Spendierhosen trägt er regelmäßig, baut er dann Spencer auf und einen Think Tank auf. Und dann Richard Spencer ist auch ein großer Fan von den Russen und Alexander Dugin. Und Dugin predigt ja auch Evola und diese ganzen Okkultisten. Regnerys Großvater war involviert in dem America First Committee gegründet von dem Yale Studenten R. Douglas Stewart aus der berüchtigten Unternehmensfamilie von Quaker Oats. Mit bei diesem America First Committee und aus dem kamen noch ein paar Verschwörungsbücher raus, waren auch der künftige US-Präsident Gerald Ford, Sergeant Schreiber, Spionageabwehrchef der CIA, James Angleton, Alexander Haig, also der ältere Haig, John Foster, Cohen, John Singlop und so weiter, alle Leute von diesem Kaliber. Und eine Schwesterorganisation ist das Center for Security Policy, in dem sich Neocons tummeln wie James Wolsey, Dick Cheney, Richard Perley, James Schlesinger und Paul Wolfowitz. Evola predigte, dass Gedanken Materie beeinflussen und gewünschte Entwicklungen erschaffen können. Das heißt, man zog die rechte Szene hier auf diese okkultistische Schiene mal wieder und führt sie damit in die Falle, macht daraus so eine Art Kult und es ist längst überfällig, dass die Leute mal schnallen, was da eigentlich läuft. Und wenn man diese Kreise hier, die ich Ihnen hier schon genannt habe, wenn man diese Kreise aus Adligen und Neocons wenn man diese Kreise hier wirklich nachverfolgt, dann kommt man an den Kern der Verschwörung, dann kommt man an den Kernrand der Verschwörung gegen die Weißen und alle anderen auch da draußen. Dann kommt man an den Kern der Verschwörung und man findet dann auch letztendlich die gleiche Esoterik bei den Linken, man findet auch die gleichen Strippenzieher, die die Linken kontrollieren und so kann man hier tatsächlich etwas erreichen. Man kann hier tatsächlich dann wirklich die Deutschland verändern, man kann hier tatsächlich auch über Deutschlands Grenzen hinaus hier alles Mögliche verändern, wenn man dann wirklich mal hier Spionage mäßig rangeht. Und ich merke es auch ständig, dass in dieser klassischen Literatur, Verschwörungsliteratur, Rechtsokkultismusliteratur, Rechtsrevisionismus, ich erkenne immer wieder die Auswirkungen davon, dass man halt richtige Spionage rausgehalten hatte aus dieser klassischen Literatur. Das durfte da nicht richtig mit rein. Man merkt halt, wie viele Leute heute noch Schwierigkeiten haben mit gewissen geheimdienstlichen Vorgängen, um das nachzuvollziehen oder die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen. Das ist alles eine Bildungssache. Man kann sich da relativ schnell bilden, vor allem mit meinen Büchern. Und man kann sich dann beteiligen an dieser Spionageabwehr gegen Deutschland oder die Weißerrasse oder gegen wen auch immer. Man kann sich da sehr gut daran beteiligen, aber dazu muss man erstmal ein bisschen lernen, wie Spionage richtig funktioniert und wer da die Player sind. Und hier habe ich noch ein weiteres Beispiel. Ich habe ja vor kurzem mal ein Video gemacht in der Sendung oder ein Video veröffentlicht und auch die Sendung gemacht zu Carl Gustav Jung. Berühmte Jung finanziert von Edith Rockefeller und war totaler Okkultist und hat dann mit Edith auch diese ganzen Rituale durchgeführt und so. Und Carl Gustav Jung wurde dann eben so ein wichtiger Einfluss für die Linken, für auch die christlichen Kirchen, siehe auch wie eine Kirche von Donald Trump. Man brachte da den Okkultismus in die Kirche da mit rein, ins Christentum mit rein, was überhaupt nicht zusammen gehört. Und gleichzeitig tanzte Carl Gustav Jung auch hier auf rechten Hochzeiten. Also Carl Gustav Jung hatte auch so ein bisschen die Berührungen mit der rechten Szene. Und wer ist der große Vordenker und wer ist das große Vorbild für Jordan Peterson? Carl Gustav Jung. Jordan Peterson ist jetzt nicht so der ganz typische Vertreter. Jordan Peterson ist nicht der ganz typische Vertreter der neuen Rechten. Aber er zählt definitiv zu diesem neurechten Spektrum und diesem alternativ rechten Spektrum. Wir erkennen auch bei Jordan Peterson diesen okkulten Hintergrund über Carl Gustav Jung. Also auch einer derjenigen, die heute ganz groß rausgekommen sind, dank Zionistengelder und so weiter. Auch dieser Star Jordan Peterson hat diesen okkulten Einschlag, hat diesen okkulten Hintergrund und ob er es schnallt oder nicht, predigt halt diese Sachen, die Sachen, die die Leute in die Irre führen. Und hier habe ich nochmal was nachgeschlagen. Diese, diese, es gab nochmal diese sogenannten Eranos-Konferenzen, ja, da nahm das Okkulte eine akademischere Gestalt an. Also man wollte das auch hier ein bisschen anders auch ausgestalten, noch zusätzlich. Fachleute für östliche Religionen kamen zusammen mit Autoritäten für den westlichen Okkultismus wie Professor Rudolf Bernouille, der auch wie jung Absolvent der Technischen Hochschule Zürich war und Vorträge über Alchemie und die Zahlenmystik des Tarot hielt. Und hier diese tatsächlich gingen die Theorien von Jung auf die modernen Repräsentanten der okkulten Wiederbelebung des 19. Jahrhunderts über. Jungs Psychologie inspiriert die Erben jener Traditionen, die wiederum ihn inspiriert hatten, also die befruchteten sich da gegenseitig, könnte man jetzt sagen. Die Eranos Konferenzen sind ein Kompendium aller Bestandteile der okkulten Wiederbelebung und eine Ausführung zu allen Elementen von Jungs Arbeit. Und Eranos mag Graf Kaiserlings Darmstädter Konferenzen vieles zu verdanken haben. Darmstadt. Hm. Also da kamen dann diese ganzen Okkultisten zusammen. und dann die Frage nach Jungs Haltung zum Nazi Regime. Ja, dann gründete man alle möglichen Organisationen, auch Yoga und sowas. Und dann entwickelte Jung auch sein Konzept von den Archetypen und dem kollektiven Unbewussten. Und er kam dann, also Jung kam dann mit einem gewissen Wilhelm Hauer zusammen und ließ sich von diesem Hauer auch stark, stark beeinflussen. Dieser Jakob Wilhelm Hauer wurde in Württemberg geboren, besuchte eine Missionarschule in Basel, ging später nach Indien, und dann kehrt er nach Europa zurück und legte sein Schlussexamen in Oxford mit Auszeichnung. Aber es ist Oxford, wo die ganzen britischen Spionage, Spione auch herkommen oder einige. 1921 verließ er seine lutherische Pastorenstelle zugunsten eines Lehrstuhls in Tübingen. Sofort nach seiner Ankunft an der Universität gründete er eine völkische Bibelstudiengruppe, die fünf Jahre später Teil der eigentlichen Jugendbewegung wurde. Also die Geheimdienste ließen anscheinend nichts anbrennen, da nicht jeder, der drin verwickelt war, wusste, in was er da verwickelt war. Viele haben das einfach auch toll gefunden und wollten das nachmachen, aber waren sich keine Illusionen, da steckten Geheimdienste dahinter. So funktioniert das. Und hier dann übernahm Hauer die Herausgeberschaft eines Magazins mit dem Namen Kommende Gemeinde, das als Symbole des gotischen Bogen und das Sonnenrad führte. Beim letzten Treffen der Gesellschaft die kommende Gemeinde veröffentlichte waren zwei ihrer Redner Ernst Krieg und Martin Buber, ein zukünftiger Nazi-Philosoph und Redner in den Ordensburgen sowie ein Freund von Eugen Dietrich und Erneuerer der chassidischen Mystik. Also sind wir schon wieder bei der Kabbalah gelandet. Mal wieder 1933 nahm Hauer es auf sich alle nichtchristlichen völkischen religiösen Gruppen zu vereinigen. Für seinen öffentlich verkündeten Glauben an die göttliche Mission Deutschlands erhielt er breite Unterstützung. 1935 waren Hauer und Graf und Graf Revent die Hauptredner bei einer Kundgebung von 10.000 Sympathisanten im Berliner Sportpalast. Jijks Und Wirker und Wirker aller Magie im gemeinschaftlichen Unbewussten bewege.